Jetzt mal die Playstation wieder anmachen Klar Katze gut zu erwischen das hat die Katze bestimmt sehr erfreut Weiter geht's Main-Story ohne jetzt Wollen jetzt später noch Mario Kart immer zocken Klaue! Watch out! Was this send you? Wtf Du Wenn ich nicht wieder schlafe vielleicht Müde heute Oh oh It's over Aktivieren in Combat Mode Er hat ganz schön viele seltsame Würmer Was hast du so viel Lebenspunkte? Ich fühlt nicht Atem MEEH 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 Take that! How about this? That's enough! Bye now! Gonna love this! Here we go! This is gonna sting! Take that! Bye now! Oh no you don't! Better run for it! Prove your honor to be! I got it! A little bit of a pänkling. Ahhhh... Gute Wässerung! Hupfen! In der Kälte draußen! Hupfen! Toilet! Heads up! That's enough! Hup! By now... What a love wolver! I see over here. I'm just blau! Heh heh. Oua. Okay. Okay. Here we go. Heads up, this is gonna sting Try now, oh no you don't Nice, there we go Nächste Phase noch, oder? Sehr gut, weg mit dir Yes It's been a long time, Zack So, what happened? That thing wasn't so tough I can't fight like a first I'm just an angel copy Copy? It's Lazard Aha, it's still Lazard So, you're the one who helped Hollander out of Junon? Why would you do such a thing? To exact my revenge I needed Hollander You really chose the wrong friends, didn't you? I agree I never dreamed I'd be turned into an angel copy Well, just be happy you're linked to Project G It's a strange feeling The lust for vengeance that had so consumed my life Is all but gone now And its place Is a desire to help you A desire to save Genesis No It's bigger than that I I want to save the world Nothing strange about that Angeal lives inside you Genesis is trying to obtain the gift of the goddess But what is it exactly? No Whatever it is, he must be stopped I just Don't understand what he's talking about at all What should I do? Angeal may show us the way Perhaps Maybe I hope so Director Huh Director So Zack What is your dream? Huh? Oh Let's see To become a hero Huh Unattainable dreams are the best kind Oh, come on Lend me a hand You and Angeal both If we pull this off We'll all be heroes At the very least I feel like one So, Zack Where is Genesis? I see I see All right That's That's in the knot That's in the knot That's in the knot I should have realized I should have realized sooner I should have realized sooner It looks so different now Hmm Can I leave cloud with you? Yes What? Day You What? You Well It's Give me You Don't worry about Cloud, I promise, I will protect her. Cloud, wait here, alright? I'll be right back. I'll be right back. We're going to have this place. Es sieht aus, dass ich nicht zurückkehren kann. War das hier vorhin? Wo ist es? Wo ist es? Hmm. Banora White Juice First Prize Processed Foods National Agriculture Awards Oh, wow Wow The idea for this juice came from a Benora youth named Genesis Wow, just wow Young Genesis' comments I am very honored Benora White Juice tastes great But the fruit itself is tasty too My dream is for my parents and I to serve the hero Sephiroth our apples one day Genesis Is there anything I can do? What do we do now? Hmm MTH And And I I I I I I I Materia des Lichts Wahrscheinlich nix zu machen Untertitelung des ZDF, 2020 Habe ich noch so viel Zeit dafür, Alter? Habe ich noch so viel Zeit dafür, Alter? Das war's für heute. Ja, hab ich. Wollen wir mal sehen, was Schwarzkappe ist. Setzt das FP-Limit auf 9999? Ne, gut. I don't need it. Noch eine Materia. Oh nein, nicht du. Ich bin schulden. Die. Mordwurz. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Activating Combat Mode Complete Resolved Oh yeah Ich hatte mich freiwillig als Versuchsperson gemeldet, die Behandlung als Soldatkämpfer hatte mir einfach nicht gereicht Ich wollte, ich musste stärker werden, doch was ist aus mir geworden? Stärker als ein Soldatkämpfer? Ich bin schwacher, als indem ich einfach driss, gib mir mein Alters selbst zurück Okay Hmm Hmm Dem Gefangenen gelingt die Flucht, doch wird er schwer verletzt? Eine Frau aus Feindesreihen ist, die unverhofft ihn pflegt und schätzt Enttrauter Abgeschiedenheit beginnt ein neues Leben Ihr Glück scheint ewig immer fort, wonach sollte er noch streben? Doch wie die Seelge zeitverstreicht ein alter Schwur ihn Reue heißt Hmm Hmm I need a key Hmm 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 Hallo. Das ist eine dieser kleine Schicks. Aktivieren in Combat Mode. Sehr viel im Kumpel. Guck. Guck. Jetzt geht's. Ding. Guck. Torn. Hallo. Nee! Ich kann es nicht hören. Ich kann es nicht hören. Ich kann es nicht hören. Bye now. Oh no, you don't. This is gonna sting. Heads up. Hmm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss sie einfach alle machen. 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 Marco? 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 Ich muss sie einfach alle machen. Marco? 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 Ich muss sie einfach alle machen. 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 Das war's. Oh, no, you don't! Oh, my goodness. So wenig Zeit man dafür hat. Wir haben auch gecrasen. Da war gerade ein Trieb voll egal. Vielleicht müssen wir mal was auch tun. Ich liebe das! Bis jetzt! Oh nein, du nicht! Here we go! Gonna love this! Uh! So dead! Ah, Felix wieder, sei Dank! Bis jetzt! Gonna love this! Here we go! That's enough! Bis jetzt! Gonna love this! Hot! 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 Here we go! That's enough! Heads up! This'll do! Gonna love this! How about this? That's enough! Yeah! One minute result! I feel like Angst, dass ich nicht genug damage habe bin! Haha! Huh? Genesis is up ahead! I'm sure of it! They will also be able to save. That's enough! The Maria, The Maria, The Maria,